In diesem Video habe ich noch eine Tasse. Im letzten hatte ich ja diese. Diesen Robomug. Und die Tasse habe ich auch bei Trendaffe.de bestellt. Das war so wie so ein Lockangebot. Man konnte halt nur eine einzige bestellen. Sie hat auch nur 50 Cent gekostet, muss ich dazu sagen. Zum jetzigen Zeitpunkt, wo ich die bestellt habe. Ja und für 50 Cent habe ich die natürlich mitgenommen, weil es ist wirklich eine schöne Geek-Tasse, die werde ich dann mit zur Arbeit nehmen. Dann stehen hier Barium, Zink, Zink mit C und Gallium. Gallium? Ach keine Ahnung, ich kenne mich damit nicht aus. Bin zwar ein Nerd, bin aber physik-technische Nulpe gewesen. Wie gesagt, also es ist eine ganz simpel gehaltene Tasse. Einfach nur mit diesem Aufdruck drauf hier. Hat grandiose 50 Cent gekostet. Dafür kann ich es mir auch auf Arbeit mitnehmen. Ich wünsche euch noch einen schönen nerdigen Tag. Bis denn dann. Tschaui. Nein, doch auch nicht. Vielen Dank.